Der stirbt jetzt halt einfach. Ah, verdammt. Na ja, 210, Alter. Wahrscheinlich, der stirbt genauer, wenn ich da bin. Geht doch da rum! Boah, der ist echt blödig jetzt. Jetzt nimm meine scheiß Sachen. Nimm meine scheiß Sachen und hol gefäßt jetzt meine Sachen ab. Wo sind Fasern hier, fucker. So, sonstiges. Zweimal herstellen, du spast. Ne, dreimaligen, ja. Alter. Alter. Was ist das, was ich... Jetzt bin ich hier scheiße. Alter, ich muss jetzt meine Sachen schnell holen. Hm. Die brauchen wir wenigstens noch. Alter, ich muss jetzt alles marschieren, Alter. Alter. Fuck you. Rein, du spast. Ja, geil. Ich werde jetzt schon von Nameless verfolgt. Das kann ja nur gut werden. Ja, Mann, ey. Ja, das ist ja echt wieder... Mann, ist da wieder ein Scheinhorn? Ja. Was ist das für ein Level? Wir brauchen so oder so wieder was. Wir haben jetzt nur noch einen einzigen Bulldog. Ne, wir haben noch einen Bulldog. Wo ist der? Den hab ich. Hast du den? Ja. Ja. Da fällt mir ein, wie viel Ladung hat denn der noch? Wo? Fuck, ich bin falsch abgewogen. Ah, der ist gleich down. Mist. Da ist ein Tod. Komm und rette meine Ladung. Gib mir Ladung. Dankeschön. Fabio, kannst du nochmal irgendwie nach Hause gehen oder so mit allem? Mit allen? Mit einem. Mit einem. Mich abholen. Am besten mit den beiden Wölfinger. Ja. Alter, ich komm hier. Alter. Ich hatte extra noch drei dieser Sachen geholt. Die möchte ich auch wiederholen. Ich steige. Also erstmal dieses Ding hier. So. Vielleicht mal. Ja. Was liegt hier? Ist der ein alter Speicher? Da ist nichts drin. Ein paar Pfeile. Äh, genau. Einmal hier rauf. Dann mitkommen. Wir gehen jetzt zurück zum Spino. So. Komm mal lockern da her, oder? Ach, Mann. Jetzt habe ich schon wieder Wölfinger hinter mir. Kannst du jetzt bitte kommen? Mann. Jetzt mach doch mal du Scheißratte. Lala. Mann. Alter. Wo ist denn jetzt hier der Spino? Oh. Fuck. Alter. Ich hab extra drei Klettersachen gemacht. Alter. Kann ich jetzt wahr sein, dass ich jetzt enden und sterbe hier? Nice. Das nehme ich mit. Okay, ich komm mir entgegen. Und hinterher, oder? Ich weiß gar nicht, was zur Basis geht. Hier an der Baum? Da. Warte, bist du in die Falschrichtung gelaufen? Du läufst von mir weg, oder? Nee. Ja. Hier. Ich bin hinter dir. Ja. Schnauze, du. Spaß. Dann schnapp dir den da. Und dann geht's wieder zurück. Ich such gerade noch meine Sachen, die ich gemacht habe. Welche Sachen? Ich hab extra so komische Pickaxe gemacht. Alter, halt das Maul. Ach du, meinst du ein Haltes Inventar? Ja, das ist ja da hinten. So, da sind noch alle Sachen. Wir bauen halt die Pickaxe. Aber wir kommen sonst nicht an meine Sachen. Ja, dann müssen wir noch... Müssen wir welche bauen. Hier ist nicht hier. Hier, hier war meine Pickaxe. Bin ich irgendwo gestorben, da bin ich gestorben. Da hast du ein Name, das wieder hinter dir her, warte ich... Komm mal, halt die auf. Welches Level bist du? Level 60er. Walktrack ist da. Super, besser kannst du nicht werden. Bleib da! Wo... Was? Mann, nein! Was denn? Mann, Alter, was macht dieser Revenger? Warum haut... Warum... Warum... Warum rennt er auf den Shoot? Das ist nicht mehr auf die... Das kann ich nicht mehr spawnen dort, alter! Was ist denn da jetzt? Irgendwo, oder was? Alter! Hallo! Wir waren ja gerade beide hier. Wo bist du denn hingegangen? Hier lang kann man? Da! Da! Warte mal! Hier ist ja der Spiel noch nicht... Jetzt kann ich nicht mehr spawnen in diesem Scheiß Bett, alter! Herr, lauf! Wer kämpft der jetzt? Ja! Ich meine, da haben jetzt die Zahlen gesehen. Ja! Kann ich scheißen. Da! Jetzt links! Irgendwo, ne? Links! Links halten! Weiter! Weiter! Noch weiter! So weit bist er gegangen? Noch gar nicht so weit weg. Hier irgendwo sollte er sein. Da! Weiter! Hier ist er irgendwo. Da ist der Rock-Track und da ist irgendwo der Remanger. Irgendwo muss er bei Remanger sein. Ich bin dort gestorben. Was für Level? Ich will jetzt nicht, äh... Level 30 ist der eine. Äh... Oh ja. Was war ich mir so besonders, die Dinger? Nichts läuft mehr. Was? Hm... Hallo? Du hast deinen Scheinhorn auch verloren, ne? Ja. Dann ist er runtergefahren. Keine Ahnung, ob es noch lebt, aber da komme ich jedenfalls nicht ran. Es ist nicht gestorben bis jetzt. Naja. Da ist noch ein Scheinhorn. Dasselbe 50er. Bitte. Jetzt verhungere ich mich. Ich habe nichts zu essen. Es läuft doch mal. Hier irgendwo müsste er... ...Avenger sein. Nicht sein. Hallo? Ich sehe all deine Death Points nicht, ne? Der ist doch wahrscheinlich stehen geblieben und chillt da. Nee, er ist auf den losgegangen. Also... Was da? Ich sehe dich mal. Du siehst doch dein Death Point jetzt irgendwo, oder? Komm mal. Da ist mein Death Point. Ja. Okay. Da muss er dann auch irgendwo noch stehen, oder? Hoffentlich. Ja, da steht er. Das ist doch. Hat sich in Müll interessiert. Ich habe da gerade zwei Scheinhorns gesehen. Wir brauchen eine Gravit-Pilze. Aber hier sind ja keine. Keine Pilze. Die Ratte hatte noch welche, oder? Oder hattest du alle, als du gestorben bist? Nice! Was denn? Metallachs mit 165. Wo haben wir die überhaupt her? Ich habe die von mir vom Rockdruck bekommen. Kann sein. Ah, ist ehrlich. Jetzt... Hier sind keine Pilze. 165 Angriffsschaden? So nice. Hm... Ja... Die Positionen... Ich hole jetzt meine Sachen wieder ab, ne? Also meine Items, damit die nicht verloren gehen. Falls es noch nicht zu spät ist. Ja, das ist in anderen, naja. Hier muss ich lang, oder? Ja, ich glaube schon. Ah, nee! Jetzt habe ich hier die ganze Zeit diese Scheißdinger hinter mir her. Ich brauche doch mal was zu essen. Hier ist doch irgendwo unser Spino, oder? Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste ich... Mir war es, als wäre ich von der anderen Seite gekommen. Hä? Wo bin ich jetzt schon wieder? Lass uns mal zurückgehen. Ich weiß halt nicht, wo ich bin. Ich möchte den Spino halt eigentlich haben und meine Sachen holen, weil die spawnen gleich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach... Ich glaube, man muss nicht hier, ne? Ja, neben das hier. Komm, nervt auch nicht. Alter. Boah. Ich fühle dich am Falsch. Läuft sich halt so leicht in diesem Müll. Alter Hase. Nein, jetzt sterbe ich auch noch. Alter. Es kann nicht sein, diese Scheißpflanze. Okay, der Bavager stirbt auch. Ah. Wieso? Ja. Ich hab so viele Nameless hinter mir, ja? Ach so. Ist natürlich nicht so genial. Alter, wo ist der Spino? Oma, ich hab die Ratte gefunden. Ich hab den Spino gefunden, hier ist der Spino. Ich bin jetzt an dem Ding hier. Und da werde ich jetzt auch vermutlich in Ohnmacht fallen. Ich bleib hier stehen, hier ist es erleuchtet. Ich weiß leider auch nicht, wo das ist. Wo ist der Spino jetzt? Sag mal wieder zurück, wo wir gerade eben waren. Ja, da war ich ja gerade. Ich bin jetzt von da gekommen. Alter, das regt mich so aus. Ja, da sieht's ja nicht so aus. Da nicht. Einfach zurück. Ist gut, äh. Es gibt zwei Zeugs. Wie ist er gekommen eigentlich? Ich nehme die Trockenmitte. Wohl. Gucken. Ist er angegriffen, oder? Nee, ich sterbe vermutlich jetzt einfach daran, dass ich mich in diesem Scheiß hier. Ja. Gucken wir ja schon. Äh. Keine Ahnung. Nee, ich wollte jetzt Scheiße hier. Das ist ja lächerlich. Alter, willst du mich jetzt hier völlig verarschen? Das ist ein Gelber, Mann. Aber der hat nichts. Also, das ist schon... Dann bleibe ich jetzt erstmal wieder beim Spino. Ich brauche meine Sachen. Ich möchte jetzt meine Sachen abholen. Ich hatte halt auch wertvolle Sachen dabei. Ja. Wo hast du denn? Du hast aber diese Kletterteile. Ja! Das sage ich dir ja schon seit zwei Minuten. Hm. Alter. Ja, ich bleibe jetzt mal bei diesen ganzen... Lesen. Jetzt hier Rocktrack. Und oooh. Wollt ihr mich eigentlich nicht verarschen hier? Ja! Jetzt ist da noch ein Rocktrack. Ja, fühlts mich eigentlich hier völlig verarschen. Hm. Das ist äh... Ja, ganz toll. Ja. Oh je. Hi. Es ist jetzt auch noch dunkel. Ja, super. Noch mehr Menace. Ja, so. Ich bin jetzt wieder da. Die sind doch echt... Bitte in die Leuchte. Ich muss ja alles hier in die Leuchte zusammen. Was denn? Äh... Ein... Mann! 280! Der killt uns! Jetzt hilft dir nochmal! Ja, ich weiß ja nicht, wo der ist. Ja, lauf doch zurück! Oder willst du, dass der stirbt? Ja, selbst wenn man was damit machen... Jetzt hab ich hier wieder... Ist doch egal! Das sind irgendwelche scheiß Nameless. Du musst da lang! Alter! Warum läufst du nicht? Ich dachte, du läufst schon zurück. Ich wollte erst mal den Spiel oder sowas treffen. 280er Rückweg. Nee. Das ist ja wirklich. Ja, nicht scheißen, Alter! Wie bin ich denn jetzt hier so eine Sackgasse hier? Scheiß! Das ist nur Irga! Der könnte mich jetzt mal... Ja, der stirbt jetzt halt, der Typ. Mhm. Aber ich bin ja hier schon wieder safe. Falsch! Das geht total lang! Ja! Fuck! Was ist das da? Ja, da! Da siehst du! Der stirbt jetzt halt einfach! Ah, verdammt! Na ja, Quats 210, Alter! Das hell! Wahrscheinlich der stirbt genau, wenn ich da bin! Geh doch da rum! Boah! Das ist echt blödig jetzt! Ah! Pfff! Jetzt nimm meine Scheißsachen! Nimm meine Scheißsachen und hol gefächt jetzt meine Sachen ab! Na ja! Die da! Okay! Ach du Scheiße, ey! Ich will gar nicht wissen! Das ist total unnötig! Jetzt mach doch! Meine Sachen die spawnen jeden Moment! Mhm! Ach, oh je! Der wird es echt nicht mehr! Na ja! Das wird der nicht überleben, der Ravager nicht hier! Ich kann die jetzt hier lassen! Es geht sterben! Ja, ich will freien Weg haben! Ja, nicht angreifen! Das ist doch so eine Scheißidee! Ich kann nicht spawnen, Alter! Das ist ja irgendwo eine Pflanze! Schnell rechts halten! Ah, das ist wieder eine Rockdrake! War ich hier? Ne! War er hier wieder! So verschwunden! Wo sind wir jetzt schon wieder? Warte mal im Arsch! Warte mal im Arsch! Jetzt verziehe ich! Bevor die anderen kommen, dann versuch die da mitzukämpfen! Warte! Warte! Auch schon da! Wow! Du sollst mir doch folgen! Ursprünglich! Okay! So! Und wo muss ich jetzt wieder abbiegen? Nach links! Ja, ne! Ja, ne! Was ist da? Was ist hier? Ich weiß nicht! Alter! Ich glaube... Dieser Weg ist falsch! Du hättest dich rechts halten müssen. Ich bin jetzt rechts gelaufen. Wo bist du weiter rechts? Zurück, den anderen Weg. Dieser scheiß Walk-Track. Warum spawnt die jetzt so viel hier? Die haben vorhin noch geimpft. Oh, die gehen jetzt nicht spawnen. Untertitelung des ZDF, 2020